Noch ein Glück, genau. Komm, lass schau's doch. Noch einen Schritt und wir haben's. Okay. Bitte, bitte. Könnten Sie ihr in Ihrer Wohnung helfen? Okay. Hör auf zu bescheißen, Bro. Hey, wie geht's? Ich bin der Fahrer, der Ihre Freundin nach Hause gefahren hat. Keine Freundin, Mann. Eine Praktikantin. Ah, tut mir leid. Die Kreditkarte war ungültig. Du Vollidiot! Du hängst nur mit uns rum, weil dein Dad ein Kunde ist und dann verbockst du direkt deine erste Aufgabe? Aber... Kommen Sie rein. Nehmen Sie die hier. Wow. Ich hab von denen gehört, aber noch nie selbst eine gesehen. Jetzt haben Sie's. Ja. Na, bezahlen Sie sich einfach und buchen Sie ruhig ein Trinkgeld ab, ja? Danke. Danke. Sie fragen nicht, ob sie gut angekommen ist? Ist sie gut angekommen? Nein. Sie ist im Krankenhaus, wo ihr gerade der Magen ausgepumpt wird. Wie heißt das Mädchen? Das wissen Sie nicht, oder? Okay. Normalerweise würde ich Ihnen jetzt die Chance geben, das Richtige zu tun, aber heute nicht. Heute will ich all Ihre Kameras, Handys, alles, womit Sie gefilmt haben, was Sie ihr vorhin angetan haben. Ich bin ein Kunde. Du hast dort an die falsche Tür geklopft, Opa. Komm her. Steh auf. Steh auf. Jetzt fang nicht an zu weinen. Telefon her. Rechts oder links? Ich weiß nicht, was ich meine. Händer. Bist du rechts oder links Händer? Rechts. Ruf die Polizei an. Sag ihnen die Wahrheit über das, was heute hier passiert ist. Das Geld vom Papa rettet dich dieses Mal nicht. Verstanden? Ja, ja, Sir. Weißt du ihren Namen? Nein. Ihr Name ist Amy. Gib mir die linke Hand. Gib mir deine linke Hand. Ich erwarte eine Fünf-Sterne-Bewertung von dir. Hast du verstanden? Ja, Sir. Aber nicht für mich. Für wen? Für Amy. Ganz genau. Für wen? Für Amy. Für wen? Na, denk dran. Fünf Sterne, Junior. Scheiße. Du hast es noch eine Fünf-Sterne-Bewertung. Bist du? Untertitelung des ZDF, 2020